Ich begrüße den Verträger im Entwettelgraf Colorado. 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 Jetzt greift der Grenadier in die Patronentasche, nimmt einen Pulver, Patrone, beißt sie auf. Es gibt ein bisschen von den ungefähr 10 bis 12 Gramm Schwarzpulver auf der Pulverpfanne. Die restliche Patrone wird in den Lauf gegeben, der Ladestock angegriffen. Jetzt wird die Patrone mit Schwarzpulver verdämmt. Jetzt befinden sich Pulver auf der Pulverkammer und auf der Pulverpfanne. Aber er ist noch immer nicht schussbereit. Jetzt wird der Hahn gespannt. Sie sehen, gleich nach dem Schuss geht er wieder zusammen mit dem Band und wartet auf das nächste Kommando. Sie sehen, wie es nicht so ist. Ich bin mir nicht so aus. Hier. Kommt, ich bin mir nicht so aus. Ich bin mir nicht so aus. Ich bin mir nicht so aus. Vielen Dank.